Sein Plan ist halt, er sagt, okay, er zahlt seinen Vertrieblern einen 5-stelligen Betrag im Monat in Summe und zahlt bei uns in der Werbung gerade irgendwie 2000 Euro oder so im Monat für die Werbung und macht damit aber einen Umsatz von 6-stellig. Herzlich willkommen hier zum Video. Wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet. Es soll noch eine zweite davon geben, sehr wahrscheinlich, weil wir sind auf so viele Punkte gekommen, dass da ein zweites Format auf jeden Fall auch nochmal Sinn macht, eine zweite Version. Und zwar geht es heute darum, Top 3 Fehler, die wir so festgestellt haben, die einfach bei Waffen gemacht wurden, sind teilweise auch witzige Sachen dabei, die aber in jedem Fall entweder Umsatz- oder Mitarbeiterpotenzielle gekostet haben. Und auch wirklich Sachen, da kommt man am Anfang einfach nicht drauf, wenn man sowas macht. Ja, ich habe den Nico wieder mitgebracht, wir haben natürlich da an der Front täglich Dinge hautnah miterlebt. Ja, und wir fangen direkt mal mit der ersten Sache an. Ja, erster sozusagen Fehler ist im Solarbereich passiert, also Photovoltaikbereich. Und zwar war das ein Partner von uns. Ich habe mit ihm über die Qualität der Anfragen gesprochen. Und ich habe den gesehen an den Notizen, also Qualität ist nicht gut, weil Dachfläche zu klein, aber noch nicht kontaktiert, also es gab kein Telefonat. Das ist ein paar Mal passiert und dann haben wir gesprochen und ich habe mir so durchgelesen, sagt dann, ja, woher wisst ihr das? Das Dach ist zu klein oder nicht passend oder nicht die richtige Form, aber nie mit dem Kunden telefoniert, weil in dem Fragebogen war es halt nicht abgefragt. Ja, dann hatte der Kunde mir erzählt, die nehmen sich mal die Adresse des Kunden, gehen damit zu Google Maps, gucken sich das Dach an und dann wird aussortiert. Und dann hatte ich so überlegt und habe dann dem Kunden gesagt, dass Google Maps halt nicht immer top aktuell ist, also sind ja auch nur Bilder, die mal vor ein paar Jahren vielleicht gemacht wurden im besten Fall und hochgeladen wurden und es kann sich halt viel ändern in der Zeit. Und ja, das war dem Kunden gar nicht so bewusst. Ich glaube, der dachte, dass das halt Live-Bilder sind zum Beispiel. Also grundsätzlich ist es ja, ich sage mal, eine valide Methode, nur es war halt in dem Fall so, dass wirklich deswegen aussortiert wurde und der Kunde konnte nicht wissen, was in der Realität dort steht. So, wenn es ein Neubau war und Google Maps ist da vielleicht vor zwei Jahren lang gefahren, dann gibt es das Haus noch nicht. Kann auch sein, dass der Kunde sich bei der Adresse irgendwie vertippt hat und statt einer 8, einer 18 geschrieben hat oder statt einer 18, einer 8 geschrieben hat und statt A oder B geschrieben hat, versehentlich. Und es ist einfach ein ganz anderes Haus, was er sich angeschaut hat. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass in der Wohnung, in der wir wohnen, das ist ein Map-Amin-Haus, und da ist es so, wenn ich auf Googles Tweetview schaue, was ja mit Google Maps irgendwo auch connected ist, also klar, Google Maps wird anders aufgenommen, das ist logisch, aber es ist sicherlich ähnliche Aktualitätszeiträume, ist das Haus, wo ich drin wurde, noch nicht mal da, weil das seit zehn Jahren nicht aktualisiert wurde. Und das ist halt so ein Ding, wo man sich sagt, yo, darauf basierend, deine Person abzulehnen, anstatt kurz anzurufen, zwei, drei Minuten, was ungefähr genauso lange dauert, wie das zu googeln, ist halt schon witzig, so in Anführungsstrichen, aber hat ihn natürlich verdammt viel Umsatz gekostet, weil als er das realisiert hat, da ging es dann halt auch. Das ist halt immer das Thema. Also es ist eine sehr witzige Geschichte, aber in der Realität natürlich super fatal, weil super viele Kunden abgelehnt, die vielleicht Geld gebracht haben und nicht nur das, hat ihn auch Reputation gekostet. Klar, die sagen ja auch, der hat mich kontaktiert, weil mich kontaktieren wollte. Die sagen ihren Kollegen wieder, nee, brauchst du ihn nicht eintragen, der ruft sowieso nicht an. Exakt. Es ist natürlich schön, dass wir uns gelöst haben, aber falls du dich darin wiedererkennst, bitte anrufen. Falls irgendwelche seltsamen Sachen bei dir passieren, dann ist immer eigentlich mal sowas dahinter. Da haben wir noch ein Beispiel, und zwar da geht es um den Bereich Mitarbeitergewinnung, ein Partner von uns hat 30, 40 Bewerber gehabt, davon von den 40 Bewerbern so, ich sag mal, 8 bis 10, die wirklich gut geeignet waren, wo man sagen kann, mit denen macht ein Vor-Ort-Gespräch wirklich mal Sinn. Es sind sicherlich auch 2, 3 dabei, die man dann einstellen kann davon. Und Problem war, die Leute haben alle die Gespräche abgesagt. Also wirklich so, reihenweise, von 8 Vor-Ort-Gesprächen, die vereinbart waren, alle abgesagt. Kurz vorher so. Teilweise auch gar nicht abgesagt, einfach nicht erschienen. Wir haben gesagt, ey, es kann mal passieren, einer von 10, zwei von 10, die mal nicht auftauchen so, oder absagen, jetzt kann mal passieren. Aber das, das kann nicht sein. Da stimmt irgendwas nicht. Aber das Erste, was wir machen, ist mal ein bisschen nach dem Unternehmen zu googeln, auf meine Bewerber reinversetzen, was würde der machen? Wir haben festgestellt, das ist jetzt auch in Anführungsstrichen, witzig in Anführungsstrichen, der war mit 2,3 Sternen bei Google bewertet. Der hatte drei Bewertungen, zwei Einsterne und ein Fünfsterne. Ich so zu ihm, deine Google-Bewertung ist ja komplett schlecht, wie kommt denn das? Er so, ja, Google-Bewertung ist komplett egal, weil ich bin rein im B2B-Bereich unterwegs, ich habe drei Großkunden, die machen alle Aufträge für mich, also die bringen mir alle Aufträge, ich mache die natürlich, aber die bringen mir alle Aufträge und ich brauche faktisch einfach keine Google-Bewertungen. Ich so, ja, dir ist aber schon klar, dass die Mitarbeiter auch danach suchen. Sie das auch durchlesen. Ja, aber das ist doch gar nicht vergleichbar. Ich meine, das sind doch B2B-Bewertungen. Ich so, wir sind mit der Bewertung durch, weil er hat, davor einen Fall gab, das hat er mir auch erklärt, der hat auch gleich zweimal mit Einstern bewertet, mit verschiedenen Accounts scheinbar, auch das gleiche genau reingeschrieben. Das Google-Stand wird nicht aufgefallen und das war eine andere Sprache, auf der es bewertet wurde, aber man konnte es halt übersetzen lassen bei Google, das geht immer sehr unkompliziert und es wird auch automatisch übersetzt, by the way, wenn eine ausländische Bewertung da steht und da stand halt ungefähr sinngemäß drin, wir können die Zusammenarbeit überhaupt nicht empfehlen, wir haben unseren versprochenen Lohn überhaupt nicht bekommen und es war überhaupt nicht wie abgesprochen alles gelaufen und wir wurden nicht bezahlt für unsere Arbeit. So, jetzt muss man dazu wissen, was ist da eigentlich passiert, das hat er mir erklärt und es gibt ja für jede Bewertung immer eine gute Erklärung, die aber der Kunde nicht weiß von außen oder der Mitarbeiter nicht weiß. Mir das zu erklären bringt, die sagten, aber faktisch gesehen weiß es ja der Mitarbeiter nicht und bei dem war es ganz konkret so, dass er meinte, er hat halt mit einem anderen Superunternehmer gearbeitet, weil es ein sehr großer Auftrag war, da haben die halt vereinbart, dass der halt das Material halt mitbringt, der hat es nicht mitgebracht und hat gesagt, hey, hier ist kein Material, wo ist das Material? Na ja, wir haben vereinbart, hier steht ein Vertrag drin. Ja, nee, meine Leute sind jetzt da, ich will das Geld haben und er, nee, wir bezahlen das Geld nicht, weil ihr solltet das Material mitbringen, nicht wir. Und dann haben die halt wieder nach Hause geschickt, so vertraglich alles legitim gewesen, kann doch jeder nachvollziehen. Er hat aber sein Geld nicht bekommen, also auch was er geschrieben hat, war an sich schon mal legitim. Also das ist so eine Situation, man sagt, okay, er wäre niemals drauf gekommen, dass es ein Problem ist, aber jetzt muss man sich vorstellen, ein potenzieller Mitarbeiter, der hat das erste Gespräch geführt, vom Unternehmen erstmal überzeugt, finden das gut, was die machen, hat sich über Werbung, die wir geschaltet haben, eingetragen, alles super. Jetzt googelt das Unternehmen und sieht 2,3 Sterne und zwei Bewertungen, die beide sagen, jo, der bezahlt nicht gut. Da kriegt man sein Geld nicht. Was machen die? Die sagen, oh, mit dem will ich nichts zu tun haben, da bin ich weg. Selbst wenn das eine Bewertung irgendwie wie ein Unternehmen an der Backe, wo ich ständig Probleme mit den Kunden habe, weil unser Unternehmen keinen guten Job macht. Das wollen die ja nicht. Also man kann sich generell merken, eine Bewertung von unter 4,5 auf Google oder irgendeiner anderen Plattform stellt dir ein riesiges Bein bei der Mitarbeiterakquise. Alles unter 4,5 ist schon kritisch. Muss man sich klar machen, weil würdest du bei Amazon ein Produkt kaufen, eine 3 zur Auswahl hast, wo eins mit 4,6, eins mit 4,8 und eins mit 4,3 bewertet ist, was würdest du kaufen? Niemals das 4,3 Produkt, niemals. Selbst wenn das Preiszeitzeichen besser ist. Du machst dir einfach zu viele Gedanken, dass es schlecht laufen könnte. Und das ist bei einer Mitarbeitergewöhnung manchmal viel krasser, weil die steigen ja Leben um. Also auch das ist so ein Ding, haben dann uns dann gehört, dass die Bewertung weggekommen ist und dann hat es auch geklappt. Alles kein Problem, aber muss man wissen und war ihm nicht bewusst und wäre auch niemals drauf gekommen. Dritter Punkt, Nico. Genau, dritter Punkt ist, ein Kunde von uns, der hat Angebote, sage ich mal, nicht ganz so ernst genommen, also da ging es halt darum, dass im Vorfeld, bevor irgendwas passiert ist, eine E-Mail rausgegangen ist, an den Kunden quasi. Und da ging es darum, dass der Kunde oder der Interessent erstmal ja sich seinen Wunsch erstmal selber konfigurieren muss. Das heißt, im Normalfall läuft es ja so ab, der Interessent kommt vielleicht vor Ort vorbei und führt zusammen mit einem Berater dann eben das Ganze manuell durch, weil das ist der Job vom Berater, das dann zu machen. Und da war es halt so, dass sozusagen ein Planungstool, ein Konfigurator rausgeschickt wurde an den Interessenten mit der Bitte, das eben selber einmal auszufüllen, was in Anführungsstrichen relativ lange dauert, wenn man es halt nie gemacht hat, weil es sehr detailliert ist, was ja auch okay ist. Also man kann natürlich Leuten unterstellen, dass die, die es machen, auch Interesse daran haben. Aber wenn man sich erst einmal informieren möchte, ist das halt viel zu viel. Und ja klar, das Ende vom Lied war, denn dass überhaupt nichts zurückgekommen ist. Das ist nicht ganz richtig. Er hat drei Aufträge, glaube ich, gemacht aus 200 Anfragen. Okay, ja gut. Also drei haben sich wirklich den Hustl gegeben, das ganze Ding komplett auszufüllen und das, was der Berater eigentlich machen soll, selber zu Hause zu machen. Ist natürlich schön, weil wie gesagt, diese Leute sind dann sehr leicht abzuschließen, wenn sie es machen. Nur man kann aus 200 Anfragen natürlich viel, viel mehr machen. Also wenn man da ein bisschen den Prozess anders strukturiert hätte, vielleicht ein bisschen mehr Zeit reingesteckt hätte. Wobei, wenn man es richtig gemacht hätte, wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Hätte man da viel mehr draus machen können. Ist jetzt in dem Sinne natürlich auch irgendwie ein lustiger Fall, aber überhaupt nicht lustig, weil sehr viel Geld auf der Strecke geblieben ist. Ja, ist klar. Man muss sich einfach klar machen, an der Stelle, wo man versucht, die Zeit, die man eigentlich für die Beratung aufwenden muss, teilweise an den Kunden auszulagern, hat man immer einen extremen Performanceverlust einfach. Dann zahlt man für den Kunden halt letztendlich immer Werbung dafür bezahlt oder wer Budget dafür bezahlt, deutlich mehr. Wir haben jetzt auch einen Partner, der hat eine extrem erfolgreiche Kampagne im Bereich Lamellendächer und der geht gerade in eine ähnliche Richtung. Wir haben auch gesagt, wir testen das mal mit ihm, ob das funktioniert für ihn, weil er wollte es unbedingt testen. Ich habe auch gesagt, das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Anfragen viel teurer werden und sein Plan ist halt, er sagt, okay, er zahlt seinen Vertriebler einen fünfstelligen Betrag im Monat in Summe und zahlt bei uns in der Werbung gerade irgendwie 2000 Euro oder so im Monat für die Werbung und macht damit aber einen Umsatz von sechsstellig. Also sehr, sehr profitabel, nur die Vertriebler schlucken halt sehr viel Geld. Und er meinte ganz ehrlich, dann investiere ich lieber nochmal 5000 Euro mehr in Werbung, lieber das Drei- oder Vierfache von dem, was ich jetzt mache und mache ein Konfigurator dahinter, wo die Leute direkt selber kaufen können, weil er hat jetzt schon mal einen Fall gehabt, da hat jemand darüber gekauft. Ich habe auch gesagt, ja, es kann sein, dass es dreimal so teuer wird, es kann auch sein, dass es zehnmal so teuer wird und dann sind Vertriebler wieder lukrativer. Habe ich von Anfang an gesagt, er meint, er will es trotzdem testen, ist auch in Ordnung, aber das ist immer die Themen, wo man sagt, ich möchte jetzt irgendwie Vertriebskapazität sparen, ich möchte es mir einfacher machen, als hat man immer hinten raus beim Marketing mehr. Das muss dann einfach klar sein. Es muss halt einen guten Mittelweg geben. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Partner, wo wir das getestet haben und haben eigentlich schon rausgefunden, was so die idealen Verhältnisse von Abfragen vorne und Beratung hinten ist, dass ich möglichst viel Zeit sprache, aber immer noch einen möglichst guten Preis habe. Das ist auch nicht das Ziel, natürlich eine Anfrage ohne komplette Informationen reinzuholen und alles komplett zu machen. Da verschwendet man sehr viel Zeit halt. Aber es gibt Mittelwege, die halt sehr gut funktionieren, erfahrungsgemäß und die muss man einfach kennen. Aber das zum Beispiel dieses Thema, auch uns kein Feedback dazu zu geben, um dann einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt so, das wird alles, die kriegen alle eine Mail rausgeschickt und die, die zurückschicken und sagen, hier, wir wollen das so und so machen nach dem Angebot, was wir uns selber konfiguriert haben, wollen wir das machen. Die kaufen halt, die anderen sind halt schlechte Anfragen. Das kann es ja auch nicht sein, weil die Leute haben sich ja gemeldet, um beraten zu werden. Und das ist auch der Job von einer Fachfirma zu beraten. Das muss dann auch klar sein. Ja. Drei spannende Punkte auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, war sehr witzig, sehr spannend, aber wie gesagt, es steckt halt hinter allem eine ernste Story. Ja. Aber man kann es halt lösen. Ja. Und freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video. Da kommen auch ein, zwei ganz verrückte Dinge, die uns noch aufgefallen sind. Wenn dir das Ganze gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht hast du auch selber eine Situation, wo du sagst, das war schon mal richtig verrückt, was bei dem Unternehmen so gelaufen ist, wo du gar nicht mitgerechnet hättest. Gerne drunter schreiben und ja, vielleicht machen wir noch ein ganzes Format draus. Mal gucken. Wir erleben ja auch sehr, sehr viel, was da so abgeht. Und ansonsten, dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.